Hallo zusammen und willkommen zurück bei Warhammer Eternal Crusade und Sandois Update draußen, eine neue Map und man kann jetzt die Controls ändern. Hier seht ihr es nochmal. Alles könnt ihr anpassen. Hier Aim, Lock, Maus, alles Defense Bash. Den muss ich mal austesten. Weapon Slot und den ganzen Stuff hier, wie Battlecryd hier und so ein Scheiß alles. Unter Controls, Übermatch Rules, Play Game. Wir nehmen jetzt mal hier meinen Blood Angel. Ihr seht schon hier ist das neue Hub Battle Now. Das ist halt das normale, der normale Battle Ground World Map. Ist noch nicht drin. Loadouts, Store, Progression Tree und War Parties. Das ist das Interessive Store. Gut, kriegt seine Sachen. Hey, Loadout. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon letztes Mal drin, dass man hier die Charakter hat. Ich glaube, das war echt schon drin. Alles klar, wir machen Battle Now. Kurzer Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo, da sind wir wieder auf der neuen Karte. Ich musste eine Runde spielen, weil die neue Map nicht kommen wollte. Aber jetzt sind wir da. Neue Map. Wir starten da. Wir sind in der neuen Karte. Es regnet. Sieht verdammt geil aus. Vor allem, man muss darauf achten, hier auf der Rüstung die Wassertropfen. Sieht mega gut aus. Der Boden ist leicht matschig gehalten. Da hatte ich unsere Power Armor. Wir werben wir trotzdem den Staub auf. Mal sehen, ob wir mal ein paar Leute mit der Energie-Axt wegbäschen. Wir rennen mal hier nach A rüber und versuchen, das anzunehmen. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Chaos-Based Marines. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich mag zwar so Bösen und so öfters lieber, aber... Ah, die haben ein Schild. Ein fucking Schild. Außerdem haben die die coolen Space Wolves, die leider noch nicht drin sind, aber die will ich zocken. Oh, A wurde eingenommen. Ist klar. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Überblick von der Karte. Das hier ist wie so eine Pumpstation für Treibstoff. Die andere Engine sieht schon verdammt nice aus, muss ich sagen. Der Map sieht auch verdammt gut aus. Ist hier irgendein Gegner? Da wurde er niedergemacht. Der Feind. Nein, ich will ihn exekutieren. Nein! Ah, er wird angegriffen. Kommt der Feind. Ah, er wird beschossen. Ne, der Wasserfall. Sieht schon ganz nice aus auch. Ah, da drüben der Kampfest. Da brauchen wir ihn mal nicht durchs Feuer. Nein! Verdammt! Das hat ihn erwischt. Du Magier! Na ja. Naja. Naja. Wenn ich es ins Player Kill finde... Boah. Hier drin ist noch einer. Flieh nicht Feigling! Naja. 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 Ah, nein, ah, 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 verdammt, hilf mir, oh nein, da kann die nur noch verbluten, ah, fuck, schade, schade, was, die haben A wieder eingenommen, sauer, fucking, Sauerei. Sieht schon echt nice aus. Das Spiel ist auch echt geil, muss ich dabei sagen, also, da hat sie schon ordentlich was getan bei. A wird wieder von uns eingenommen, oder? Ja doch, C haben wir auch, jetzt müssen wir nur noch B einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier gewinnen, oder so. Oh! Oh! Oh oh! Fuck. Das ist Chaos- What the fuck, aber die Explosion hat dir das gesehen wie Goyle, oder so. Angriff! Kann man den nicht körpern, den Scheiß? Nein! Alex! Ah, wo...? Der wieg's noch! Ja, Sau! Komm mal auf T war das, ne? Ah! Nein! Ah! Nein! 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 Mach das Schaden! What the fuck, Alter? Alter! Junge! defeated scheiße wir haben null getötet naja egal das war nur ein kurzer eindruck für die neue map wenn es euch gefallen hat gebt mal nach oben ich würde mich freuen und ich bin raus